Hallöchen Leute und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Meintroft. Heide Zieg, zusammen mit Ben. Jo, allöchen, allöchen, allöchen. Und gute Nacht. Ja, gute Nacht. Heute auch nur alleine mit Ben. Wir machen nämlich ein 1, das ist 1. Aber wir dürfen uns hier in dieser Special-Runde, dürfen wir uns als Tiere verwandeln. Zum Beispiel hier als Schaf, Kuh, Schwein, als Pferd. Ja, und ja, darum geht's heute. Wir machen ein krasses Schere-Stein-Papier-Battle. Wer dann als erstes suchen muss. Und dann geht's auch schon los. Okay, Ben, bist du bereit für das Schere-Stein-Papier-Battle? 3, 2, 1. Yeah! Okay, jetzt darf ich aussuchen, was wir machen. Suchen wir oder verstecken wir uns? Ich glaube, wir verstecken uns direkt. Let's go mit der Runde! Viel Spaß. Als erstes müssen wir herausfinden, welches Tier wir überhaupt sein möchten. Okay. Und die Auswahl ist relativ groß. Ähm... Mal gucken, Leute, als was werde ich mich verwandeln? Boom! Das hier bin ich jetzt. So. Jetzt müssen wir uns hier nur richtig platzieren. So. Ja. Und ich würde sagen... Ready! Let's go, Ben! Okay. Legen wir los. Okay. Let's go! Erstmal müssen wir anhand der Hinweise feststellen, was Selina isst. Aha. Mir sind eindeutige Beweise. Aha. Ist ein Schwein. Du Schweini. Hihihi. Das bist du. Tatsächlich habe ich sogar einen rosafarbenen Pullover. Hm. Das bist du. Du bist locker ein Huhn. Hühner sind am schwierigsten zu finden. Weil sie am kleinsten sind. Oder bist du das hier? Oh, der hat mich mega komisch angeguckt. Ich dachte, das warst du wirklich. Ne, ne. Hä? Ah, die gucken einen voll komisch an, die Tiere. Hm. Die Farm ist ganz schön groß. Oh. Ups. Ich dachte, ich war in dem Schaf drin. Hä? Bist du das? Ne. Meine Tiere verhalten sich teilweise echt komisch. Die rennen weg und so und gucken auffällig wie Menschen. Aber sie sind gar kein Mensch. Hm. Ich glaube, du hast die einfach mitten auf dem Feld versteckt. Das wäre nämlich auch mein erster Gedanke gewesen. Ja. Taf. Taf. Einfach in so eine Tiergruppe rein. Mach das ganze Feld kaputt. Hm. Das ist nicht Sinn des Spiels, Ben. Das ist ja nicht mit Absicht. Das ist ohne Absicht. Ist das, äh, du mich findest. Und anders. Ein Pferd bist du locker nicht. Ein Pferd bist du locker nicht. Ist das hier. Oder das hier. Ne. Mann. Das hier. Oh Gott, ich habe das arme Huhn unter die Erde geschlagen. Nein. Es ist gestorben. Das war nicht mit Absicht. Nein. Ich muss gar nicht weglaufen, Edina. Das bist du. Oh, schade. Äh. Hm. Du hast glaube ich mal irgendwie jetzt gesagt. Das bist du. Das bist du. Das bist du. Du bist so locker. Ich bin nicht in deinem hier. Hm. Wo war ich denn noch nicht? Ich war eigentlich überall. Ah. Das. Ja, das ist schwer an dir. Ne. Mann, die laufen so komisch. Pff. Hey, du bist doch. Ne. Hä? Hm, Ben. Du hast nur noch eine Minute und 20 Sekunden. Da war eigentlich alles abgesucht jetzt. Also außer die Häuser. Aber ich glaube nicht, dass du ein Haus bist. Also man kann natürlich sagen, aber. Hast du mich schon gesehen? Ja. Habe ich dich schon geschlagen? Ne. Also getestet. Nehmen wir das mal wieder getestet. Ne. Oh, warte mal. Weißt du dieses? Hä, bist du das? Ne, oder? Ne. Ne. Hm. Jo. Huh. Hier, das Huhn hinterm Baum. Oh, da hinten ist eine Kuh. Das bist locker nicht du. Hast du das gereimt? Ja. Oh, hier hinten war ich noch gar nicht. Jo, hier bist du locker. Alter. Na. Was macht denn die Kuh? Hast du das gesehen? Ah, ha, 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 ha. Du hast mich schon einmal geschlagen und einmal bist du einfach so an mir vorbeigegangen So, oh, bist du hier? Ha, 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 ha. Der hab ich nicht gecheckt. Oh, man. Habe, da machen auch kein Ton, eine Kuh Mut wenigstens. Ich dachte, ich dachte, du hast mich jetzt gefunden, weil du hast mich einmal volleftig geschlagen, ich so, nice, schon vorbei. Und dann, dann hast du einfach so weitergemacht. Ja. Okay, die erste Runde ging erfolgreich an das Team Awesome. Mal gucken, wie sich Team Banks jetzt schlägt. Viel Glück, Ben, und du kannst dich verstecken. Let's go. Fertig. Bist du schon fertig? Jo. Alter, dann können wir jetzt schon loslegen. Es geht los in drei, vier, drei, zwei, eins. Let's go. Vier Minuten laufen ab jetzt für Awesome, Elina. Mal gucken, ob ich dich hier finde. Ich hätte jetzt fast vermutet, dass du hier irgendwie in einem Haus drin bist. Nicht auf dem Feld. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Schwer zu sagen. Ich glaube, ich überlege gerade, was du für ein Tier bist. Was glaubst du, was bin ich? Ich glaube, du bist ein Schwein. Glauben. Glauben ist nicht wissen. Oh, ich dachte, ich hab dich. Oh, Manu. Aber schön, dass du dich gefreut hast. Ja. Wir haben gerade zwei Kühe im Baby gemacht. Wow. Ich hab's live miterlebt. Ja. Jo, das war ich. Moin. Achso. Also, ich hab jetzt wie so eine neue Methode entwickelt. Ich hab nur noch zwei Sekunden. Oh, Manu. Oh, Manu. Manu. Was unentschieden steht, machen wir noch ein weiteres Schere-Stein-Papier-Battle. Und der Gewinner darf aussuchen, was er macht. Verstecken oder suchen. Und ich würde sagen, let's go, Ben. Mhm. Okay. Ich bin bereit. Du. Schere. Stein. Pia. Verdammt. Yes. Stimmt. Oh. Ich musste erst mal überlegen, ob ich gewonnen habe oder verloren. Aber ich werde mich verstecken. Verstecken ist, glaube ich, einfacher. Okay, Leute. Als erstes müssen wir natürlich entscheiden, als was wir uns in dieser Runde verstecken werden. Ich glaube, wir platzieren uns einfach mal hier. Und wir sagen, ready. Let's go. Fängst du schon an zu suchen? Ja. Okay, let's go. Vier Minuten laufen ab jetzt für den guten Benson. Es ist voll schwer festzustellen, ob das ein Mensch ist oder ein Tier. Ja. Das habe ich auch festgestellt. Die erste Minute ist für dich abgelaufen, Ben. Ui, 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 Ben. Du hast ab jetzt nur noch eine Minute und zwei Sekunden Zeit. Hast du mich schon gesehen? Ich habe dich noch nicht gesehen, nein. Ben, du hast noch zwei Sekunden. Ja, ja, ich habe das. Oh, vorbei. Das ist meine Ausrüstung, Leute. Full dia. Oh, da ist ein Babyhühnchen. Oh, mit seiner Mama. Und irgendwo da hinten, wo ist Ben? Da hinten. Da ist Ben. Moin. Mit einer Iron-Ausrüstung. Ben, bist du bereit für das legendäre PvP-Battle? Ich bin bereit. Machen wir nur ein Leben? Dann legen wir direkt los. Ich sprint mal auf dich zu. Wie viele Leben haben wir denn? Wir haben drei. Okay. Gar kein Problem. Oh Gott, ich bin auf dem Dach gespawnt. Oh, auf welchen Dach denn? Auf irgendeinem Dach. Moin. Ich sehe dich nicht. Moin. Ja. Der viel kann es ja nicht mehr haben. Hey. Jo, was? Wow, wow. Oh, bitte, bitte, bitte. Anderthalb Herzen. Uuuuh. Ui. Ben, renn doch nicht weg. Ich hoffe nicht weg. Oh, oh. Oh, ich häng fest, das war ein Beschwur. Das war ein Cheat. Ja. Und jetzt brauche ich mich wieder auf dem Dach. Was zu holen, bitte? Schnell, du brauchst keine Zeit. Man muss nicht aufpassen. Hey, was? Oh nein, hau ab. Was? Oh, das war gut. Oh. Ich habe die Punkte ganz aus den Augen verloren. Ja, ich habe verloren. Ja. Leute, Punkt für Team Awesome. Wir haben die nächste Runde auf dieser Farm hier. Haben wir gewonnen. Falls euch die Folge hier gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch riesig über ein Abo freuen. Falls ihr Team Awesome beitreten wollt, holt euch das Merch unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch das kaufen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend, was ihr auch gerade so treibt. Und heute noch ein, Leute. Ciao.